auch mehr Lufa gut das bräuchte es nicht unbedingt Nein! Boah! Nein! Boah, nein! Das ist jetzt irgendwie richtig scheiße! Als würden sich die ganze Welt... Oh, oh! Oh, komm! Oh, oh! Oh, oh! Ach, komm! Boah, Mann! Oh, nein! Komm! Zack! Boah, Mann! So! Scheiß auf Dein Eck! Boah! Dieser kleine Peniskopf! Den werde ich gehöre! Ich werde die Suppe versalzen! Hier verschwindet die ganze Zeit mein Loot! So! Rein da! Zack! Dieser mit der Konvergenz, ey! Der kann sich selber killen! Was darunter liegt! Danik! Hallo! Boah! Isaac ist in Enrage-Modus! Wir treffen uns unten! Sauber, Isaac! Sowas wollte ich die ganze Zeit schon von dir hören! Dass du hier mal richtig Gas gibst! Habe ich hier irgendwas zum Herstellen? Irgendwelche letzten Worte! Hm... Vielleicht ein paar Pläne... Ich hab genug... Impulsgewehr, Schrotflinte, Schrotstopper! Was ist das? Doppeltödlich! Ein Galvaniseur! Plus... Kryobrenner! Modifiziert mit zwei Staser-Erweiterungen! Wird mit gesammelten Teilen, falls vorhanden... Black... Nee, Pitchblack! Oh, warte! Code Crow! Na gut! Wir lassen das erstmal dabei! Wir haben eben was abgegeben! Jetzt können wir wieder Munition sammeln! So! Feuer! Jetzt geht es! Hier! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Nein! Ach du Scheiße! Mann! Das letzte, was ich hier getroffen kann, ist das! Necromaus, die für die Menschen arbeiten! Ich fass das nicht! Oh! Oh! Und es hängt! Nee, doch nicht! Oh! Oh! Sorry, Mädels, aber hier ist kein Platz für euch! Oh! 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 Ladung wird kalibriert. Bitte warten. Transport wird in Kürze fortgesetzt. Alle Zurückträgerungen über die Schädlichkeiten werden wieder aufgeliefert. Wenn Sie sterben, hilft das niemandem weiter. Oh wei, oh wei, oh wei. Das kann ja was werden. Oh no, ich kann nicht mehr zielen, Leute. Mann. Ich nehme mich mit. Ich kriege dich, mein Freund. Huah. So sagen doch die Amis oder amerikanische GIs. Huah. Ich habe keinen Platz mehr für einen Scafrahmen. Feuert. Feuert. Ich will den den Tod sehen. Huah. 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 Nein. Oh oh. Scheiße. Jetzt kriege ich dich, Alter. Ah, der ist tot. Huah. Du Arsch. Du Arsch, du. Nein, du Arsch. Was? Oh. Habe ich schon mal gesagt, dass ich da gerade einen sauberen Headshot gegeben habe? Wenn nein. Dann habe ich es jetzt gesagt. Sicherheitsschutz aufheben. Oh. Nicht schon wieder diese Kacke. Gut. Nochmal volle Konzentration. Nein. Da. so, so, so. So, 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 so. So, so, so. Oh, lol, Leute. Hm. Zack. Oh, Mann. Wie ist dieses... Also, das frühere Hecken hat mir mehr Spaß gemacht mit diesem dran rumzibbeln. Bin ich ganz ehrlich. Anzugsstation. Ne Bank, das heißt, jetzt gleich wird was Großes passieren. Aber erst mal hören wir uns die Audionachricht an, oder? Ja. Komm, dann machen wir. Abschalten. Wir dachten, das wäre die Antwort. Aber wir wurden getäuscht. Der Mond ist die Quelle des Signals. Es war ein Sinn. Mach uns vollkommen. Abschalten. Das sind keine Hilferufe, sondern Befehle. Oh, Mann. So, wir schauen uns jetzt erst mal... Elite-Anzug wurde freigeschaltet. Oh, komm. Gib's. Gib mir den Elite-Anzug. Oh, den schau ich mir mal an. Den schau ich mir doch mal an. Oh, ja. Oh, das gefällt mir. Der sieht ja cool aus. Okay. Rig Upgrade. Na gut, Luft brauchen wir wahrscheinlich jetzt hier nicht. Stase. Ja. Nicht genug EN-Wandler. Telekinese-Upgrade-Gut. Gut, das brauchen wir jetzt alle auch nicht. So. Oh. Zack. Eine Platine. Plus zwei Schaden, plus ein Clip. Ihr wollt mich alle aufhalten. Ihr könnt mich aber mal sowas von am Arsch lecken. Fresst eure eigene Glibber-Scheiße. Ihr Schweine. Nicht zu fassen. Wird hier alles und jeden umnieken, wenn's sein muss. Nur um Danik zu kriegen. Er hat Ellie auf dem Gewissen. Okay, eigentlich haben wir sie auf dem Gewissen. Aber. Danik hat's provoziert, ja. Danik. Ganz allein Danik, ja. Jo. Activate. So. Oh ja, komm. Ihr lebt immer noch. Leider. Ich mach euch einen Kopf kürzer, Alter. Wow. Boom, Kinder. Oh oh. Oh oh. Bomben, Kinder. Ich kann hier so schlecht zielen. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab Danik gleich verloren. Wow. Wow. Oh oh. Los, los, hier steht an der Wand über. Nicht dein Ernst. Oh oh. Schnell weg. Oh oh. Juhu. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Laufen. Ich glaube nicht, dass man das Vieh irgendwie aufhalten kann. Boah. Das hat nämlich nicht mal den Arm verloren, als ich gegen das Vieh geschossen habe. Hier wieder. Wie tief geht es denn noch runter? Oh oh. Oh oh. Nein! Oh oh. Oh man. Oh man. Oh man. Halleluja. Ah. Oh oh. Oh oh. Hüffel. 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 Boah. Boah. Aua. Fuck. Hüffel. Hüffel. Das. Wo ist denn der Rest? Alle tot. Isaac Clarke hat den Rest erschossen. Dann fordert Verstärkung an. Aber wie sollen sie uns erreichen? Wir können die Lüftungssysteme von hier auslösen. Mal ganz kurz hier. Mach einen Weg frei für die Landungsschiffe. So hoch. Isaac. Alles in Ordnung. Carver. Er ist hier. Er will zur Maschine. Boah. Kommen Sie an ihn ran? Ich versuch's. Das Vieh hat aber auch echt alles ausgehalten. Ich hoffe. Ich hoffe.